Ich habe schon mal geklatscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lava Druck Podcast, wo ich nicht mehr klatschen darf. Genau, du darfst nicht mehr klatschen, weil du immer übertreibst. Oder Philipp darf klatschen. Nochmal, komm. Alles klar. Eine neue Folge ist da. Letzte Woche ist ausgefallen, weil... Ja, Adam schuld. Adam hat schuld. Adam war im Urlaub. Philipp hatte keine Lust. Ich war auch voll weg. Philipp war dann beschäftigt, seine Barthaare wachsen zu lassen. Ja, ich stelle mich da abends noch mal an. Ich bin aber, aber kommt nichts. Und drückst, und drückst, komm, dann kommst du in die falsche Ecke raus. Jo, hier sind überall Ameisen. Wie heißen Tiere? Marienkäfer. Chinaplager. Wir waren länger nicht mehr hier und jetzt sind ja alle wach. Wir haben Spezialteile aus China bestellt. Genau. So, guck mal, schon wieder, ich habe die doch gerade weggeschnipst. Die ist wiedergekommen. Oder die hat sich vermehrt. Deine Cousins, die kommen uns einrutschen. Geh weg. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Hatten wir schon einen heute? Ja, letzte Woche, ich mache einfach weiter. Letzte Woche, ich war ein bisschen Heimaturlaub machen. Also Urlaub ist gut, ich war mit meinem Vater, das ist immer ein bisschen problematisch mit Urlaub. Dein Papa müssen irgendwann mal einen Podcast holen. Ich habe ihn tatsächlich, pass auf, ich habe ihn jetzt ein paar Sachen gefilmt, ja. Mitunter ist er das erste Mal mit dem Porsche mitgefahren. Hast du ihn mitgenommen? Ja, und dann habe ich die Kamera angemacht. Weil er ja immer erzählt, dass seine Autos so viel schneller waren. Also er hatte keine langsamen Autos, aber, ja. Dann habe ich ihn, ja, mit dem Porsche mitgenommen. Seht ihr bald, fahre ich auf Insta, mal gucken, wo wir das hochladen. Ist schon mal jetzt ein Hinweis für euch. Wir haben gerade die Analytics ausgewertet. Wenn ihr uns gerne hört, bitte abonniert uns. Auf allen Kanälen. Vor allem Spotify. Spotify, wenn du Spotify hörst. Apple Music, Apple Podcast, wenn du über Apple hörst. Nee, Apple nicht. Ich habe mir einen neuen Mac gekauft. Apple hat jetzt genug bekommen. Aber davon haben wir ja was. Echt? Nein, dafür gibt es doch keine Kohle von Apple. Von Spotify gibt es auch keine Kohle, Digga. Ja, aber Spotify hat ein cooleres Logo. Macht mal, was ich sage. YouTube, Ray City. Du wirst ja wohl meine Meinung mit mir lassen. Bullshit. Bullshit. Google Podcast wird zu YouTube Podcast übrigens. Geht zu YouTube rüber. Ja, ich weiß, gibt es schon die Funktion zum Hochplaner. Für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben. Also, egal wo ihr seid, tut uns den Gefallen. Es kostet euch nur ein Klick. Einmal aufs Plus, aufs Herzchen oder was auch immer. In eurer Podcast-App für eine Funktion da geboten wird. Gerne auch kommentieren. Sterne da lassen. Orhan versorgt uns immer super gut mit News, wie wir in der Rangliste hochsteigen. Ja. Wenn ich auf Insta poste. Und ich mich tierisch freue, dass wir die ersten zwei Mainstream-Auto-YouTuber verdrängt haben. Ja. Da bin ich richtig stolz drauf. Das ist auf jeden Fall... Entschuldigung, wenn ich den bei der Essener Motorshow auch richtig unter die Nase bin. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Wenn man so als Einsteiger mit... Jetzt sind wir bei Folge 31. Ja. Jetzt jemanden hat, der das schon ein paar Jahre macht. Natürlich ist das so ein Ranking, das geht mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Aber da könnt ihr uns halt helfen, indem ihr halt fleißig hört, teilt es. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass Sydney einen Podcast macht. Ich auch nicht. Macht er tatsächlich. Ja, ich habe ihn mal gehört, eine Zeit lang, aber... Also redet er überhaupt noch über Autos? Also ich habe so das Gefühl, dass er zur Zeit mehr beschäftigt ist mit seinem Lebenswandel und er zieht jetzt nach Ostfriesland, glaube ich, oder sowas. Echt? Ostfriesland ist schön. Soll er da wohnen? Ja, also, ey, auf jeden Fall. Du weißt selber, ich mag nördliche Gegend. Also Ostfriesland ist definitiv schöner als Dortmund, würde ich behaupten. Rein vom... Dortmund ist aber die bessere Mannschaft. Ich weiß nicht, gibt es einen 1. FC Ostfriesland? Ja, Otto Walke ist es Stürmer. Wie dem auch sei. Ja, am Anfang hat er so Podcasts halt mit irgendwelchen ABC-Promis, die irgendwie was mit Autos zu tun haben, gehabt. Irgendwann habe ich es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht weiter gehört. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, sowas habe ich vor Jahren schon gemacht. Das nannte sich Autotunes. War auch auf dem Ray-City-Kanal. Da hatten wir als ersten Gast Achi, der Entertainer. Cooler Typ. Das war auch ein sehr witziges... Ein sehr lustiger Typ, ja. Also auch diese Folge ist wirklich lustig. Und Yoshimitsu hatten wir auch noch. Sind die noch online? Ja, ich glaube, kann sein, dass ich die privat gestellt habe, weil die sind damals nicht so angekommen. Keiner hat sich damals für Podcasts interessiert. Und auch für diese Art von Comedy, die Achi, der Entertainer macht. Ja, also es war vor allem super interessant, weil auch er und auch Yoshi, wenn man jetzt natürlich so Yoshi seinen Werdegang beobachtet, was er damals erzählt hat, was er gerne als Auto hätte und was er mittlerweile erreicht hat und so, ist es halt natürlich auch ein schöner Moment, sodass jemand so zielstrebig war. Ich finde, dass Musik und Autos immer was miteinander zu tun haben. Deswegen dachte ich, so ein Musiker wäre interessant. Aber da es damals wirklich gar keine Klicks bekommen hat, weil die Leute, ich kannte damals keinen, der Podcasts gehört hat. Ich muss auch, ich glaube, ich habe ja Podcasts echt tatsächlich in der Pandemie entdeckt. Vorher war Podcast für mich gar kein Begriff. Ja. Erst da habe ich es dann entdeckt. Und dann habe ich es losgeteilt. Dann habe ich aber wirklich gesuchtet wie ein Junkie. Ich höre mal Podcasts, wenn ich mit Adam unterwegs bin. Sonst selber höre ich mir sowas auch nicht an. Also ich höre gerne Podcasts, gerade wenn ich Auto fahre, mittlerweile mehr Podcasts als Musik selber beim Autofahren. Liegt aber daran, dass es zeigt, mich Musik langweilt. Genau, weil es liegt aber daran, dass aktuelle Musik einfach zu 90% scheiße ist. Naja, man kann ja noch alte Musik hören. Aber trotzdem bin ich ein bisschen gelangweilt davon. Und ich finde, es gibt interessante Podcasts. Ich habe jetzt gerade die Reihe durch, gibt es so einen Podcast mit so Verschwörungsmythen und so. Das hat mich auch gut interessiert. Ich dachte, du hast vielleicht so einen Podcast über Atomkraftwerk oder so reingezogen, in doppelter Geschwindigkeit. Habe ich auch gemacht, ja. Und wie heißt der Podcast? Es ist ein polnischer Podcast. Okay. Also es ging um Schiffskatastrophen. Was ist das? Das war das Letzte, was wir gehört haben. Was denn? Kannst du jetzt auch polnisch? Ja, klar. Schon immer. Naja. Jeder Meister muss polnisch können. Richtig. Nee, aber ich habe damals Podcasts angefangen zu hören durch Paintball halt. Weil wir mit Dicek sehr viel Paintball gespielt haben. Also jetzt nicht dieses Woodland, wo die so getarnt sind wie ich jetzt. Da habe ich echt früher sehr gerne gespielt. Ja, wir haben halt dieses Super gespielt, also mit diesen bunten Klamotten und auf kleinem Feld und schnell und glaubt man mir kaum heute, aber ja, das war so. Und da habe ich aus Amerika viele Podcasts zum Thema Paintball gehört und die haben wirklich krass geile Podcasts gehabt mit geilen Themen, Verbesserung für Training und sowas alles. Und wir haben ja damals mit Dicek so richtig, richtig reingehauen und haben das so ziemlich ernst genommen mit dem Paintball. Also wirklich mit vier Tagen die Woche Training, mindestens Turniere hier im Ausland und da war schon viel Geld auch für Flöten. Die Paintball in den Tiefgeschrank gesteckt, um es richtig wehtut. Nö, haben wir nicht gemacht. Wir haben, also man muss dazu ja sagen, wir haben ja Markierer dann gehabt, die wirklich gut, gut waren. Und was hast du gespielt damals? Ich habe zum Schluss mit einer Dangerous Power Spec R gespielt, das war damals so halt im niedrigeren Preissegment, aber schon ein richtig, richtig guter Markierer. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt habe. Wir hatten aber auch eine Luxe, wir hatten auch eine Dippen. Dye, Marek hat, also Dicek hat immer noch eine E-Tag. Dye sowieso. Und da habe ich noch eine, die aussah wie, da habe ich noch eine, die aussieht wie so ein AK. Weiß ich gar nicht mehr, ich hoffe, wo das ist. Na bestimmt, wie heißen die, Tippmen oder so, die so umgebaut werden. Ich habe angefangen, so eine Speedstar, da könntest du angefressene Schokobooms reinpacken. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ding heißt, weil ich ja danach hauptsächlich nur noch Woodland gespielt habe. Naja, wir haben halt Turniere auch gespielt und dadurch wurden die Markierer auch, da konnte man auch richtig Geld versenken. Total viel Geld. Und du brauchtest die aber auch, damit die halt auch wirklich das Spiel durchhalten. Ja, dann doch konkurrenzfähig bleibst. Genau, ich habe als Center zum Beispiel gespielt. Ich habe in einem Spiel wahrscheinlich mehr Kugeln verblasen als manche in ihrem ganzen Leben. Man muss dazu natürlich auch sagen, wir hatten richtig Glück gehabt, dass wir so gutes Sponsoring damals hatten. Aber wir waren nicht schlecht, sagen wir mal so. Nach einem Jahr hartem Training hat sich das sehr bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Sehr schön. Willkommen zum Paintball-Podcast. Die beiden alten Männer, die in ihren Sportländern umschwingen. Ja, du, ich habe ab und zu am Wochenende, das ist überhaupt nicht auf Leistung. Machen wir das mal, das müssten wir echt mal machen. Ich habe zum Beispiel sehr gerne im Winter gespielt. Ich war damals in Ladeburg, das war unsere Heimstrecke, weil wir beim Projekt 56 hier in Pankow waren. Da war unsere Halle und der Außenplatz von Rick war in Ladeburg. Ich war bei Bernau, ne? Genau, in Ladeburg. Also ich fand die Anlage in Ladeburg damals richtig cool mit diesen festen Gebäuden. Und diese Panzergarage oder was ist das? War richtig geil. Hast du gesehen, dass sie dort so einen Modus gespielt haben mit dieser Bombe, wo man so eine Bombe entschärfen musste, so ein Koffer? Nicht nur das, auch hier Capture the Flag und wie du wahrscheinlich. Ich habe die wirklich gebaut, ja. Die hatten damals diesen Opel. Ich habe gedacht, dass sie eigentlich die Bombe gebaut haben. Opel. Na, erzähl mal. Meiner wäre aber ferngestellt. Opel Pickup. Ja. Da, wo dann halt jemand draufstand und dann hat er halt so. Frontera war das glaube ich. Das Ding hat immer im Kreis gefahren und auf alles geballert, was sich bewegt hat. Und wir haben diesen Koffer, habe ich damals mit einem Kumpel gebaut, einem Stichack. Und der war so konzipiert. Du hattest dort nicht Kabel zum Durchschneiden, weil das wir natürlich jedes Mal neu bauen. Sondern wir hatten so Schalter gehabt. Und da war ein Arduino Board drin. Das heißt, nach dem ersten Starten wussten selbst wir nicht mehr, wann welcher Knopf auslöst. Also das war so gemacht, dass immer ein Zufallsgenerator aus Millionen von Möglichkeiten entschieden hat, welcher Schalter wie umgelegen werden muss. Vielleicht haben wir damals auch gegeneinander gespielt und wie kannten wir es damals nicht. Weißt du, was wir gemacht haben mit unserer Mannschaft? Wenn diese ganzen Woodland-Typen kamen, ja, dann, die waren ja immer sehr langsam und taktisch mit Funkgeräten und sowas. Oh, ja, mit Funkgeräten. Die haben alle ewig lang gebraucht. Und dann standen wir, wir haben so zehn Minuten draußen gewartet. Und dann sind wir zu fünft oder zu zehnt, je nachdem wie viele von uns da waren, in unseren bunten Klamotten. So von hinten auf alle losgerannt. Da hat Zizek übrigens einen ganz miesen Kehlkopftreffer bekommen. Da habe ich gedacht, das war es jetzt mit ihm. Weil er neben mir, er kommt so hoch, ich habe ihn verarscht irgendwie, habe ihn geschubst oder sowas alles. Und er regt sich auf, kommt so hoch und so ein Typ so voll schreck schießt. Er hat ihn genau hier getroffen und dann ist Zizek so. Kennt ja. Risiko. Ja. Deep Throat. Passiert. Passiert. Ja. Zurück zu kaum Autopodcast. Autopodcast. Opel Ampera war dann eure Geschichte. Ne, was war das? Frontera. Frontera. Ey, Ampera, jetzt mal ganz ehrlich, das war eins der letzten Opels, die so ansehnlich irgendwie waren. Das war überhaupt nicht so. Ampera, nicht so ein Elektroauto. Elektroauto von denen war so futuristisch. Ich glaube, das ist der erste Elektro von Opel, ne? Aber jetzt dieser kleine Opel, den man so mit 16 fahren hat, dieses Elektro-Ding, den sehe ich ständig bei Instagram, ne? Echt, ja? Ja, ganz, ganz viel. Das Ding ist auch für... Das ist ein Innenstadt-Ding. Das ist was für... Wie heißen die Gen Z, Leute? Ne, last, let's... Wie heißt denn die... Kennt ihr so aus dem Baumarkt damals diese Rohrpost, die man so hatte? Ja, für solche ist das Auto. Wo die die Rohrpost immer so losgeschickt haben, weil sonst war das hier im Baumarkt immer. Ja. Sie sehen aus, diese Rohrpost, die umgekippt ist, die Teile. Ja. Wirklich jedes Mal sehe ich das da drin. Aber dieses Design haben, glaube ich, mehrere Firmen übernommen. Ich glaube, von Fiat gibt es auch so ein Teil. Und von... Da gab es auch eine Zeit lang auf Instagram dieses Video, wo in Monaco, glaube ich, oder sowas, dieses Elektro-Ding um die Ecke fährt in einem Umfeld. Ja, genau, der ist das. Triesen? Ne, nicht Triesen. Das ist so ein vierkiges Ding, wirklich. Ja, das ist auch wie sehr Opel. Das ist so hoch wie breit und lang. Das ist einfach so ein Klotz. Dann soll man den Kommentaren aufklären. Wo kann man so ein Ding mieten? Ich will auch um die Ecke umfallen. Wahrscheinlich bei Opel. Schau dir mal an, Probefahrt. Ja. Wie teuer hast du Selbstbeteiligung? Bei Opel wird in Rost aufgewertet. Boah, jetzt rasten alle Opel-Fans gerade aus. Ich glaube, das Ding ist aus Plastik, das kann gar nicht rosten. Ich darf Opel Witze machen, weil A, ist es meine Meinung und B, ich hatte mal einen Opel. Bullshit. Ich hatte auch mal einen. Drei? Ich hatte auch einen. Wow, scheiße. Opel Astra Cabrera. Das passt zu dir, so ein blauer, ne? Ne, schwarz. War ein lustiges Auto. Ich hatte einen Omega und einen Corsa A, GSI. Den fand ich toll. Das ist cool. Weil der so breit Backen hatte. Aber haben die wirklich, ja. Breit. Das war auch, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber die Geschichte ist, glaube ich, echt lustig. Ich habe meinen Führerschein gemacht gehabt. Das war ziemlich am Anfang, wo ich den Führerschein hatte. Das war sogar, glaube ich, meine erste Fahrt. Und war Leopoldplatz um die Ecke und da ist eine Oma mir vor das Auto gerannt. Da warst du nur auf dem G? Da lag die auf meiner Motorhaube. Ich war völlig geschockt, weil ich dachte, das war es mit meinem Führerschein. In nicht mal 24 Stunden, Alter. Was für ein scheiß Leben ist das und so. Und dann hat sich aber herausgestellt, das haben Leute gesehen, dass die Oma und es kam raus, dass die arme Frau, also suizidgefährdet war und sich mehrfach schon versucht hat dort. So hat mein Führerscheinalltag angefangen. Und heutzutage wird das in China gemacht, jeden Tag. Ja. Und heutzutage bin ich artig. Wie läuft es gerade so bei dir mit Unfällen? Ich frage nur so ganz neutral. Jetzt kommt gerade Insider. Adam wird ganz groß. Wusstest du das nicht? Nein. Der BMW ist Schrott. Ach so, das Ding habe ich gesehen, ja. Aber ich wusste jetzt nicht, was da passiert ist. Das ist eine Oma. Ja, mit Kopf, du. Eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich habe es jetzt gemacht, was meine Meinung ist. Bullshit. Ja, die hat aufs Handy geguckt, hat rechts auf dem Radfahrweg alle überholt, Vollgas gegeben und ich wollte gerade, also ich bin im Recht halt, habe die Spur gewechselt, musste aber stehen bleiben, weil rot war, war aber schon zur Hälfte auf dieser Spur und die ist ungebremst in die Seite rein. Auto so, ich so. Unfall. Und jetzt kommt es, weil wir beim Thema Unfälle sind. Wer von euch hat gesehen, was ich heute gepostet habe? Hast du mir was drauf geschrieben? Ja, ich habe heute noch keine Zeit gehabt, also da sind unfassbare Antworten gekommen. Also Leute, ihr seid mies kreativ. Also Leute haben mir so geile Sachen geschrieben, da hat einer, der hat es leider nicht in dieses Antwortsding, manche verstehen das nicht, die schicken dann Nachrichten. Einer hat mir eine richtig geile Geschichte geschrieben. Ich liebe ja so Kurzgeschichten, das ist ja so absolut mein Fable, so kurze Geschichten. Und der hat draußen eine Geschichte gemacht, wie das hätte passieren können. Alter, ich habe mich... Entschuldigung, das war ich. Entschuldigung. Alter, das ist ein bisschen dicht. Und der hat es richtig cool gemacht. Aber soll ich auflösen, hier im Podcast, wie es passiert ist? Da ist eine Mittelinsel. Das ist doch hier am Kutschi, ne? Am Kutschi, genau. Und ich habe sowas schon einmal gesehen, allerdings abends, da waren so Leute, die wollten Welle schieben, haben ein Burnout gemacht und sind zack und hangen auf dieser Mittelinsel. Sie hat sich gedacht, ich fahre aus der Tankstelle raus, normal für die Leute, die die Strecke nicht kennen, du musst rechts raus, einmal fahren, wenden und dann darfst du erst da lang fahren. Sie hat sich gedacht, hey, was ist los? Ich fahre rüber. Ich fahre rüber. Nicht nur, dass sie die Mittelinsel nicht bedacht hat, da wäre ja spätestens Schluss, nein, sie hat einen riesigen LKW übersehen. Und der LKW-Fahrer, richtig, er hat alles richtig gemacht, ist halt, du fährst ja so leicht um die Kurve und ist halt in sie reingeballert. Er hat gebremst, ich habe auch mit ihm kurz geredet, er meinte, er hat gebremst, sonst wäre der Matsch aus dem Auto geworden. Das Auto sei ja so von Weitem noch, man konnte es aber als Auto erkennen, ich glaube, wenn er richtig reingefahren wäre, dann wäre Teller bunter Knete. Ja, ja, es war so ein neuerer BMW und ich habe mich dann mit der Fahrerin unterhalten, ich schwöre, ich überlege, ob ich dir sagen kann, was sie geantwortet hat, aber es ist ja meine Meinung, eigentlich könnte ich dir richtig. Ich habe gesagt, Mädchen, wie hast du das gemacht? Die sagt so, ach, wir Asiaten sollten nicht Auto fahren. Also sehr humorvolle junge Frau. Ihr Freund war nicht so humorvoll. Der fand es uncool? Der hat Sachen zu ihr gesagt, alter Falter. Saß der mit im Auto? Ja. Er hätte es auch bremsen können, er hätte sagen können, warum fährst du da lang? Ich könnte jetzt wieder was sagen, aber dann würden wieder Leute Sachen schreiben. Ey, Thema heute habe ich vorgeschlagen, wir gehen einmal ganz kurz ein auf diesen Podcast mit JP. Weil ich glaube, da wurde, also nicht, es ist ja schon irgendwo ein bisschen rechtfertigend, aber es geht mir darum, dass die Leute verstehen, was wie war. Also ich glaube, ein paar Leute haben das aufgefasst, ob als wenn wir uns gegenseitig dissen oder so. Ihr habt euch gestritten. Ja, haben wir nicht. Also einmal, der Orkan versteht, wie ich sage. Mann, Alter. Dein Orkan ist ein anderer Kumpel. Ja. So sehr, so sehr magst du mich. Ja. Paul. Der hat auch schwarze Haare, deswegen. Und einen Bart. Paul. Okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, der Orkan weiß, wie ich das meine und meine Art zu sagen, ich glaube dir nicht oder ich sehe das nicht, so ist oft das Wort Bullshit oder Blödsinn oder Lüge. Ich glaube nicht eher als ich, ich glaube dir nicht, sondern ich sehe das anders als er. Genau. Ja und deswegen und das war ja in diesem Podcast so, dass ich bin ja immer noch der Meinung, dass du Blödsinn gelabert hast. Das ist auch gut deine Meinung. Das kannst du auch dabei bleiben. Weil das Problem ist, ich gebe dir ja zum Teil recht in gewissen Sachen, aber diese Nummer, JP, weil er nicht mehr so viel schraubt, ist einfach meiner Meinung nach nicht belegbar, weil da hat sich nicht so viel geändert. Aber warte ganz kurz, weil sonst sagen die Leute, ich lasse dich wieder nicht ausreden. Das ist nämlich auch das Problem. Du hast noch gar nicht angefangen. Aber ich weiß, du holst doch Luft. Ich weiß doch, wie ihr Schwarzkört verdenkt. Ja, ist okay, Adrian. Adrian heißt mein Cousin, damit kann ich leben. Das ist ein toller Mensch. Das ist mir vollkommen egal. Ja, zurückzukommen dazu, im Endeffekt, muss ich dazu auch noch sagen, um das Ganze abzukürzen, dann bist du natürlich dran. Ich finde, so eine Podcasts und Diskussionsrunde, wo jeder einem nur sagt, ja, du hast recht, ja, okay, ist deine Meinung, finde ich übelst langweilig. Weil eine Diskussion lebt davon, und wie energisch man an die Sache rangeht. Das wäre auch nicht echt. Genau. Also, du redest ja nicht meinem Mund nach, sagt man das so? Keine Ahnung, ich kann doch kein Deutsch. Ja, du bist ja auch Adrian, aber, sag man das so, du redest meinem Mund nach? Jetzt pass auf, er hat einen Bart. Nach meinem Mund. Nach meinem Mund? Ist doch egal, ihr wisst, was ich meine. Und umgekehrt ja auch nicht. Muss kurz mal gucken, Philipp, das ist wirklich ganz schön. Ja, geh mal gucken, mach mal richtig zu da. Also deswegen, also von daher, ich bin... Ich habe da letztens Plastik reingeschmissen, vielleicht ist es das, was du riechst. Ach, das ist der Reifel, oder? Ich bin da ein bisschen spät. Also jedenfalls gut. Kommen wir nochmal zurück. es ist ja so... Philipp ist übrigens nicht nur Meister bei der, äh, bei Mercedes, er ist auch Meister bei der Feuerwehr. Brandmeister. Brandmeister. Feuerwehr war ich nie. Jetzt hört doch mal auf, Alter, ihr müsst mich mal ausreden lassen. Du bist jetzt dran, du hast... Ja, rede doch. Redefuchs, genau. Schweigefuchs. Den muss man nicht machen, das ist Zeichen für Dings hier. Für Dings hier, ja. Wir haben uns ja in dem Fall nicht wirklich gebieft. Also ich meine, wir reden danach ja ganz normal weiter, haben eine neue Folge, auch wenn wir quatschen auch außerhalb des Podcasts ab und zu. In der letzten Zeit ein bisschen weniger, ja, zu tun wir zu tun, aber wir quatschen ja auch so an. Es wäre schlimm, wenn, ich bezeichne uns jetzt mal als Freunde, sich nicht sagen können, was sie meinen. Ja, voll. Also das ist auch eine Freundschaft, die nicht viel Wert hat. Also... Heuchelei, mieseste Heuchelei. Ja, Dankeschön, das hast du richtig gut gesehen. Wenn der anderen nach dem Mund redet. Ja, das finde ich auch, du hübscher, bärtiger Mensch. Mit dem Bart faszinieren echt viele Leute, aber ich glaube, ich muss die Nummer abbrechen. Aber dann siehst du aus dem Kind. Ja, was soll ich machen? Mir juckt der Arsch. Was war da los? Okay, ist deine Meinung? Nee, pass auf, also zurückzukommen auch noch, einmal du hast es halt wirklich sachlich schön gesagt, finde ich. Aber ich finde auch, diese Einstellung in unserer Gesellschaft, gerade Deutschland ganz besonders, ey, ist meine Meinung, ich kann sagen, was ist. Nein, eine Meinung zu haben, ist ja das eine. Viele verwechseln Meinung mit Empfinden. Ich kann ja empfinden, dass du hübsch bist, aber Tatsache ist, du bist es vielleicht nicht. Aber trotzdem empfinde ich dich als hübsch, so weißt du. Oder, ich kann jetzt sagen, ganz gutes Beispiel ist, bei manchen Autos mit der Farbe, es gibt doch diesen 4x4 hoch 2, der ist gelb, dann sagen andere wie das, nein, ist grün. Diese Diskussion habe ich so elendig. Ja, aber es ist doch so. Und das ist ein Empfinden. Genauso wie ein Empfinden ist, bei der Sache, wo du sagst, ey, ich empfinde, dass das so und so ist. Aber trotzdem ist es ja keine belegbare, weißt du, eine Meinung musst du ja belegen können. Aber, Entschuldigung, wenn mir jemand sagt, Adam, ich mag keine Ausländer, sage ich, okay, warum? Ah, weil die nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Das ist Blödsinn. Wenn er mir sagt, ja, weil ich schon einmal beleidigt wurde oder in den Arsch getreten wurde von denen, deswegen habe ich so ein Vordings. Aber das ist auch ein Blödsinn. Aber das ist trotzdem wenigstens ein Fakt für mich. Ich meine, wir wollen hier nie politisch werden, das werden wir gleich beenden, die ganze Nummer. Aber die Leute in der Szene, die mich kennen, die schon öfters mit mir diskutiert haben, gerade über solche Sachen, da gibt es zwei, drei Leute in der Szene, das sind für mich feige Wichser, ja, die hinterm Rücken so reden und das, aber es gibt ein paar Leute, die sind komplett anderer Meinung als ich und ich habe mit denen herrlich diskutiert, ja, die Personen wissen auch genau, wen ich meine, dabei belassen wir das auch, wir müssen gar nicht weiter ins Detail gehen, aber Fakt ist einfach der, du musst ja deine Meinung irgendwie belegen können und in dem Moment konntest du in meinen Augen die nicht belegen, deswegen habe ich gesagt, dass es halt Blödsinn ist und habe mich davon nicht abbringen lassen. Zum Beispiel in einer anderen Situation, hört euch den Podcast an, ich zwinge euch jetzt dazu, damit ihr wisst, worüber wir reden, in einer anderen Situation hast du mir ja deine Meinung klar definiert und warum es so ist und da habe ich auch gleich gesagt, ja, natürlich. Das ist okay, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe den Kontext, den Text, den Podcast überhaupt nicht im Kopf, so dass ich sagen kann, aber ich habe das und das gesagt. Du hast gesagt, Lavella ist besser als JP, weil Lavella besser schrubbt. Kurz zusammengefasst. Ich habe nicht gesagt, Lavella ist besser, ich habe gesagt, er unterhält mich mehr. Das ist meine Meinung. Er unterhält mich mehr, habe ich gesagt. Ja. Ja, und guck mal, siehst du, das hast du nämlich nicht gesagt. Du hast gesagt, er unterhält mich, weil, pass auf, das, ich kann jetzt nicht, du hast ein richtig krass, ich kann wirklich, ich kann wirklich nicht darauf eingehen, weil ich diesen Text, hättest du mir gesagt, dass wir darüber reden, hätte ich mir nochmal angehört, dann hätte ich darauf besser eingehen können. Ich merke mir so eine Sache, weil, das war die letzten drei Tage, nur den Podcast gehört so aus. Nein, nein, auf keinen Fall, ich schwöre es dir, es reicht schon, dass wenn ich es schneide höre, danach, ich kann sowas nicht so oft hören. Ne, Tatsache ist es ja wirklich so. Guck mal, du hast gesagt, er entertaint dich mehr, gebe ich dir recht, das ist deine Meinung, akzeptiere ich zu 1000%. Deine Begründung dafür war aber vage, in meinen Augen. Achso, das war dieses, er schraubt meiner Meinung nach mehr. Genau, und ich habe gesagt, beide machen das Gleiche. Okay, also ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, lasst uns das Thema jetzt begraben. Wie würden Rapper jetzt sagen, was habe ich letztens gehört, Case Closed? Ich glaube, so das Hauptthema ist immer, dass die Leute in den Kommentaren diskutieren, lass doch mal auch eine Ausrede oder sowas, so muss ich nach Mund sehen. Ich finde immer noch, der beste Kommentar, der Typ im grünen T-Shirt. Ja, das war so. Ich feiere das hart, ey. Das ist Orkan. Ja. Alter, jetzt weiß ich was, ich habe mich, das Ding hat, er hat einfach einen Splitter aus seinem Arsch gezogen. Das ist ja. Hier passieren Sachen in dem Podcast. Und ich weiß, und ihr lacht mich aus. Alter, kommt der denn? Der wahrscheinlich von dem Rollstuhl. Ich glaube, der ist in dir gewachsen. Aber auch diese Diskussion, die wir letztens hatten und wirklich, ich habe auch Leuten geantwortet in den Kommentaren auf YouTube und selbst, wenn ich nicht derselben Meinung in manchen Sachen bin, danke ich immer für eine Diskussion. Also auch, wenn jemand schildert, ich mag überhaupt nicht Leute, die mir ständig nur Recht geben. Das ist Quatsch. Mir sind zehn Leute lieber, die mir sagen, nein, du siehst es falsch oder mich sogar beschimpfen, weil ich weiß, dass ich mich, die setzen sich ja mit einem auseinander. Nimmt die Kamera dauerhaft auf? Ich frag dann nochmal. Oh Mann, mach keinen. Scheiß. Ja. Wir haben nicht den Camcorder. Mach keine Ahnung. Das sind immer die 20 Minuten Dinge. Alles gut, wir sind alles gut, wir sind alles gut. Ich weiß, was wir jetzt machen. Was ist denn? Wir drehen einfach, ne? Oder auch nicht. Doch, da war alles gut. Bei welchen Minuten sind wir schon? Wir sind jetzt bei 25. So, bei den anderen Kameras eine kurze Erklärung. Das ist immer nach 20 Minuten machen die Pause. Dann habt ihr dann nach 20 Minuten im Standort. Wollen wir, wollen wir, jetzt frag ich dich mal einfach, auf, auf, on Mike, mal auf ein paar Kommentare eingehen? Ja, können wir gerne machen. Spontan. ein Kommentar würde ich wirklich erwähnen, weil derjenige auch wirklich geil sachlich argumentiert hat. Gebt mir bitte eine Sekunde, ihr könnt schon mal reden, damit es nicht so langweilig wird für die Leute, die immer noch gucken, die an die Leute in den Kommentaren antwortet. Das ist manchmal lustig, nur noch ein Entertainment pur. Aber Philipp, jetzt mal nochmal zurück zu deinem Bart. Warum um Himmels will, dass du dir in deinem Bart wachst und der sieht auch noch so scheiße aus? Ja, mit dem auch. Ich meine, es ist nicht scheiße aus, weil ich Spaß bezeichne, aber einfach, Entschuldigung, Werbung. Er ist einfach so ungründewohnt. Ich dachte, ich würde das mal, aber wenn ich der war. Du musst dir noch ein Boxerharschland machen, dann siehst du richtig aus, wie so ein, ach wie heißt denn das so? Buzzcut. Buzzcut? So ganz groß. Jetzt siehst du aus, gerade wie so ein Engländer. Engländer? Ne, bei Urlaub in Amerika haben sie mir mal erklärt, dass die Russe wie ein Russe oder ein Ihre. Ja, Russe nicht, ne. Doch, 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 die haben, das ist ja hier Maris ja ein Running Gag immer. Da haben wirklich Leute, die haben wirklich super Staudamm waren, haben die gedacht, ich bin Russe. Das war echt witzig. Das können wir auch schon mal als Insider, deswegen nennt es D-Shirt bis heute vehement und lässt sich davon auch überhaupt nicht abbringen, nennt er Philipp Ego O'Reilly. Er denkt auch, das ist übel witzig. Das ist überhaupt nicht. Ne. Ist auch nur er, der sagt. Und er lässt sich, ich habe ihn schon zweimal gesagt, ich so, Mann, Alter, das ist doch jetzt ausgelöscht. Er so, nein, ich finde es witzig. Ja. Ego siehst du nicht aus. Nein, das hat nichts mit Aussehen zu tun, das hat damit zu tun, wo wir in Amerika waren. Mit der Sprache irgendwie. Ja, die haben alle gedacht, entweder er ist Russe oder er ist Irre. Und hat Stichek in kurzer Hand, ich kann dir auch sagen, wie das war, russischer Name, meistens Ego. Ja, und dann sind wir gefahren und dort ist überall so ein Autoteileladen, wie hier Autoteile Ungar, heißt der Laden O'Reilly und das ist so ein irisches Logo. Und Stichek, ich habe es original gesehen, er ist gefahren, er sieht das so, du bist Ego O'Reilly. Und schnappte sich dann sein Snapples und extra das. G-Shake hat auch im Urlaub und das war echt richtig Comedy. Wir fahren irgendwo lang und in Amerika ist ja überall die Werbung. Das war wie so ein Podcast, den wir nicht anmachen mussten. Der hat mir die ganze Zeit den Namen immer vorgelegt. das war gut. Aber ich dachte, ich will nur heute die Klappe, Alter, zwei Stunden aufgeschoben. also übrigens, warte, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich habe angefangen, diese Vlogs zu sortieren, die werden jetzt im Winter auf euch alle zukommen. Ein bisschen spät, aber okay, damit kann man leben. Die werden sehr unterhaltsam, also die ersten Folgen sind draußen, aber die Kracher kommen jetzt erst. Gerade mit Comedy. Weißt du, was noch richtig gut war? Wusstest du, dass D-Shake in Texas anerkannter Massenmörder ist? Euer D-Shake? Ja, der hat eine ganze Familie ausgelöscht. Warst du ein paar Spirn oder was? Opossums. Opossums. Er ist wirklich die ganze Zeit gefahren. Ich war tot, weil ich natürlich rumgerannt, geredet, gemacht, getan. Philipp hat gepennt. Gregor kam nachts, also nee, der kam an dem Tag, der war übelst mit Jetpack und wir haben ihn erst mal mitgenommen auf die Rennstrecke und gleich direkt hier. Er war einfach nur noch tot. Und dann fahren wir und dann hatten wir diesen Jeep und D-Shake fährt so und ich merke schon so, okay, er wird immer müder so, ja. Und irgendwann, ich habe mich versucht, so wach zu halten. Ich habe hinten gesessen, versuche ihn so voll zu labern, so dass das Philipp schläft, Gregor schläft und dann auf einmal, ich merke nur so, bam, 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 bam. Und ich höre dann so, oh fuck. Ja, D-Shake's typisch ist, oh fuck. Und dann ist so, und ich habe gesagt, du hast ein Opossum umgefahren. Er sagt, habe ich nicht, seine automatische Reaktion, habe ich nicht. Dann sagst du, doch, ich schwörst, du hast die umgefahren. Also ich bin wach geworden. Ich habe ja das Tier gesehen, ich habe den Knall gesehen und er hat es umgefahren. Und das Beste aber an der Geschichte ist, ich hoffe, das ist in dem Video drinnen, die Reaktion von Gregor, die war einfach nur Gold wert, weil Sisek streitet sich mit mir. Er sagt, er hat es nicht überfahren. Er sagt, willst du mich verarschen? Ich habe es doch gesehen. Er sagt, nein, nein, nein. Und sagt, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Dann werden die anderen wach und Gregor das Erste, was er sagt, ich habe es auch gesehen. Und an dem Straßenrand waren die armen Kinder und die haben so gerufen, Mami, Mami. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich totgelachen. Aber das seht ihr in dem Video. Der hat auch Wombats entdeckt in Amerika und so. Oh, das war super. Hat mir das eigentlich gefällt mit den Bombern zu nehmen? Ich glaube schon. Ja? Ja. Ach, das war ehrlich. Also Werbung in eigener Sache auf diesem Kanal. Vlogs Amerika mit uns. Adam streitet sich mit Ureinwohnern und Philipp will nicht mehr. Er sagt, hör auf. Wir haben Philipp, er hat die ersten Tage kein Geld gehabt. Das war das Schlimmste für ihn. Das ist das Schlimmste für mich, wenn ich kein Bargeld habe. Warum hast du kein Geld gehabt? Ah, wegen mir. Aber... Warst du abgezogen? Nein. Ich habe gesagt, wir wechseln dort. Dort sind überall Wechselstunden. Das war nirgendwo Wechselstunden. Wir waren am Flug... Wir sind wieder zurück zum Flughafen und wir dachten, wir können da Geld wechseln. Du konntest kein Geld wechseln. Das war alles Zug. Wir waren in so einem Mexikan... Ey, das war krass. Die haben uns eigentlich mies gerippt, aber wir haben halt einfach Geld gebraucht. Ja. Aber du brauchst ja nicht jammern, die ersten wie viel? Drei, vier Tage? Ja, war top. Haben wir aus dem Ariks Kasse gelebt. Na, meiner. Natürlich. Auf Adrians Nacken. Ja. Und das war wirklich witzig. Und diese Vlog seht ihr dann dort. Das ist wirklich unterhaltsam. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ja. Okay. Das stimmt. Wir waren ja hier so... Ja, wir lesen mal so heute so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, das versteht. Zu welchem Video? Das ist diese Reaktion auf JP mit diesem, dass er so angeschuldigt wurde. Also, als erstes, Topfit89, die Tuning Talks, weil das kam ja mit dem Thema Tuning Talks, sind das Beste auf eurem Kanal, da es niemand so gut mit viel Herz rüberbringt und macht. Dankeschön für dieses Kommentar. Dann wirklich eine Supporterin, die kommt, glaube ich, aus deiner Ecke, die Steffi. Ja, die ist... Also, ich sehe immer, dass sie uns halt immer teilt auf Instagram. Ganz dolles Dankeschön. Und wirklich, muss man auch sagen, ganz lieb, sie hat geschrieben, Ton war einwandfrei, weil du ja dein neues Gerät bei hattest. Und wie immer habt ihr mich sehr gut unterhalten. Ihr seid der einzige Podcast... Ach, jetzt weiß ich, wie du meinst, Steffi. Ja, ja. Ja, die hat ein Audi. Ja, ja, jetzt weiß ich, wie du meinst, ja. Ihr seid der einzige Podcast, den ich tatsächlich ausnahmslos sehe und ich freue mich auf den Klimakleber-Podcast nächste Woche. Den habt ihr jetzt auch schon gesehen. Ja, und dann, dass wir alle ein Privatleben haben und das mal ausgefallen ist, Dings hier. Ja? Soll ich mal gemeinsam und nur die Pro-Adam-Kommentare vorlesen? Allen, die positiv zu mir geschrieben haben, schon mal jetzt, danke, aber wir machen jetzt nicht so ein Ding. Ich suche... Ich mach mal Kritik vor. Ja, na, wartet mal, ich such doch den Eingruten. Gibt's gar nicht. Genau, das soll ich hören. Doch, gibt es. Pass auf, guck mal. Also, zum Beispiel hier. Tino Toni 1990, also so wird der Name hier aufgehört, hat geschrieben, Adam redet und Adam hat recht. Das ist alles, was in eurem Podcast rüberkommt. Mir ist es nach drei gehörten Folgen zu anstrengend. Wundert mich, dass die anderen Jungs noch Bock haben, sich mit da hinzusetzen. Also, jetzt könnt ihr antworten, danach lese ich vor, was ich geantwortet habe. Ich gehöre auch an, hat hier irgendwelche Splitter im Rücken? Also, guck mal, meine Antwort. Er hat recht. Okay, verpiss dich doch jetzt. Dann nehme ich alles mit. Ja, okay. Soll ich meine Tasche holen? Wie ist denn das? Also, Philipp, du. Achso, das war mit dem Splitter. Okay. Also, ich habe geantwortet, ja. Ich muss nicht recht haben, diskutiere halt sehr gerne und lasse mich auch gerne mit Argumenten vom Gegenteil überzeugen. Einfach zu sagen, ja, ist halt meine Meinung, reicht mir da nicht. Gerade in dem Fall ist die sehr flache Argumentation absolut daneben und nicht ausreichend. Klar, dann poche ich drauf. Diese übertriebene, nette und aufgesetzte Art, alles zu akzeptieren, nur weil jeder was sagen kann, ist halt schwach. Philipp zum Beispiel hat ganz klar argumentiert, war für mich logisch und voll akzeptabel. Orhan, habe ich wirklich hingeschrieben, nicht Orhan? Ja. Orhan, sein Argument war kurz gefasst, er schraubt nicht mehr selber. Das stimmt halt einfach nicht. Aber sowas in einen Kommentar zu packen, ist schwer. Vielleicht machen wir mal Zeit, mal eine Folge genau zu dem Thema. Dir auf jeden Fall schon mal danke für die Beteiligung. Sag nicht nur freundlich. Oder? So, hat man auch gemerkt, dass ich im Lesen eins hatte? Nein. Hatte ich wirklich. Aber in Polen. So, daraufhin hat der, nein, in Deutschland, in Polen auch. Tino Toni hat drauf geantwortet, Okay, vielleicht liegt es auch an euren sehr unterschiedlichen Charakteren. Die beiden Jungs sind sehr ruhig und zurückhaltend. Da wirkt deine Art vielleicht zu sehr. Wenn ich deine anderen Videos sehe, habe ich das Gefühl, dass eine völlig andere Person zu sehen ist. Okay, du hast raus, eigentlich bin ich ein Zwilling. Zum Glück gibt es kein Zwilling. Ja, das wäre krass. Anstrengend. Stell dir mal vor, von mir gibt es meine Gegenpart, der komplett andersrum ist. So homosexuell und Dings hier, mag keine Autos. Hast du das gegen Homosexuelle? Nein, habe ich nicht, aber ich sage das absolute Gegenteil. Okay. Also Kopf unten, Beine oben und so. Hört doch mal auf, mich immer in diese Ecke zu drängen. Ich habe manchmal schon Angst, was zu sagen, Alter. Ich darf ja wohl homosexuell das Wort benutzen. Das sind genauso Menschen wie du und ich, Alter. Eigentlich seid ihr die Untoleranten, ey. Wieso? Amen. Du letztens warst ein Pinguin. Da lässt du ausreden und bist entspannt. Na egal, es ist ja auch nur mein Andruck und der muss nicht unbedingt richtig sein. Grüße an die alte Heimat Berlin. Dankeschön nochmal für deinen Kommentar. Grüße an deine neue Heimat. Wo auch immer die sein mag. Also dann King Bowser 669. Guter Name auf jeden Fall. Das ist der echte Bowser. Safe. Ja. Erstmal wieder eine gute Folge abgeliefert. Danke dafür. Ich schreibe auch nur selten, weil man bei positiven Sachen irgendwie seltener schreibt. Keine Ahnung, warum es so ist. Ich schwöre, das ist, das ist, das ist, hatte wirklich geil geschrieben. Das ist, das ist so wie Google-Gewertung. Die manche, das ist scheiße, war das Restaurant. Aber nur in Deutschland. Nee, nee, nee. Ich war jetzt gerade in Polen. ist genauso, in Amerika ist genauso. Weißt du was, wenn wir das jetzt durch haben, reden wir genau über das. Das ist doch ein gutes Ding. Okay. Oh, jetzt lies doch mal weiter. Ich muss doch meinen Mund, bevor ich damit schön weiterlesen kann. Dr. Pepper ein bisschen zuklingen. Also, er schreibt weiter, also King Bowser, ich mag JP immer noch, obwohl ich auch nicht mehr jedes Video schaue. Aber im Leben würde ich nicht drunter schreiben, das ist scheiße, das ist scheiße. Meine Mutter hat mal gesagt, wenn du nicht positive Sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Schönen Tag euch allen. Dankeschön. Deine Mutter hat einfach mal richtig doll recht. Wobei, bei uns in den Kommentaren darfst du auch sagen, wenn du etwas nicht gut findest. Ja, natürlich. Das ist auch wichtig, weil wir... Wenn es konstruktive Kritik ist, kann man aber nur doch voll... Okay, hier grüße ich den... Das ist doch gut für den Algorithmus. Hier grüße ich den verrückten Hutmacher Mattis. Der hat sehr viel zum Thema, also wirklich sehr viel zum Thema Algorithmus, JP und Co. geschrieben, was einfach eins zu eins stimmt. Aber wenn ich das jetzt hier vorlese, weiß ich, dass ich anfange zu diskutieren. Und ja. Ah, hier schon wieder kritisch zu Adam. Daniel Jurisch 862. Adam korrekter Dude, bleib so wie du bist. Das ist krass, das ist krass, krass, scheiß negative Kritik. Ja. JP ist in dem Jahr 2023 nach Corona ein anderer Mensch. Klar ändert sich was im Leben. Er hat Eltern, Freundinnen und Freunde. Das ist ein ganz normaler Mensch, wie wir alle auch. Also er soll bleiben, wie er ist. JP Liebe. Hat denn jemand was anderes dagegen gesagt? Ja. Aber wenn, nochmal, wenn wir uns auf das Thema JP wieder aufgreifen, wenn jemand mit einer Kritik, die er öffentlich geht, muss man auch damit rechnen, dass man darauf eingeht. Also ich grüße nochmal den verrückten Hutmacher Mattis. Also der kommentiert wirklich gerne und viel bei uns. Das ist ein cooler Name übrigens, verrückter Hutmacher. Also ja, ich glaube, das ist doch auf dem Cover, oder ist er dieser verrückte Hutmacher? Ich weiß gar nicht, wer der verrückte Hutmacher ist. Ja. Also ich glaube, Mattis, klär uns auf. Ich habe das jetzt so rein interpretiert. Also er schreibt jetzt wirklich kritisch, Adam, in diesem Video bist du echt anstrengend. Für die Gäste schon fast unangenehm. Könnt ihr mir vorstellen, dass Adam mit seiner Art gegen die Wand läuft? Ich schwöre es nicht, ich bin so oft gegen die Wand gelaufen. Auch schon zweimal gegen gefahren. Das erklärt einiges. Mit Fahrrad und Völkern. Ihr müsst nicht wachsen, bleibt bitte so locker, wie ihr seid. Es gibt doch, kennst du diese, diese auf Instagram, diese Videos, wenn die da so komischen Dingern über das Gesicht rollen? Hol doch mal sowas. Ob das hilft? Natürlich nicht. Also noch ein sehr kritisches Kommentar zu mir. Ich bin Adams Meinung. Alle kritischen Kommentare sind nur gegen dich, ne? Ja. Ja, das ist halt, also ich will jetzt nicht nochmal vorlesen, wie sie JP kritisieren, bitte. Nein, JP, es geht ja nicht darum, sondern... Ah ja, hier, das ist gut. Das ist gut. Ja, ja, aber der ist gut. Da, Army 8-9, ja, also ganz schwach, Adam. Du verfehlst krass das, was dein Kollege sagt. Du lässt ihn kaum einen Satz ausreden. Deine Argumente sind lächerlich. Du versuchst, deine Meinung durchzuboxen. Du, ähm, du musst an anderen ihre Meinung lassen. Es geht darum, dass JPs Videos nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also ich grätsche jetzt schon mal rein, da sind wir uns einig. Ich sage seine Argumentation in dem Video, weil er nicht mehr selber schraubt. Die haut einfach nicht hin. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Ich gucke seit 2014 die Videos. Alleine, was er mittlerweile für Autos macht. Da kann ich auch irgendwelche Dubai-Kanäle gucken, wo Ferrari, Lambo und Co. Thema sind. Jetzt muss ich wirklich was zu sagen. Leute, das ist doch geil, dass er sich mit den Autos steigert. Also jetzt mal ganz ehrlich. Er hat auch mal Scheißautos gemacht, mal bessere Autos gemacht und sowas alles. Und ich freue mich über teure Autos, die er macht, weil ich kann sie nicht machen. Du kannst sie auch nicht machen. Also es ist doch geil, wenn wir so jemanden sehen. Und man muss ihm auch gerecht werden, dem JP. Diese ganzen Dubai-Schrott-Kanäle, ich importiere aus Japan Scheiße oder sowas alles, ey, die braucht man sich nicht geben. Da macht er schon wirklich richtig gute Arbeit. Möchtest du noch was sagen? Hat der nicht, einfach nur so aus Neugier, der hat doch auch schon Autos aus Japan importiert, oder? Bestimmt, weil er das verlangt. Einfach nur so aus. Aber wiederum würde er die ganze Zeit Golf 3, 4 tunen und so billige Autos würden sie sagen, boah, der hat so viel Geld, der macht nur so wenig. Also so wie du es machst, machst du es falsch halt. Natürlich. Also dann geht er halt darauf ein, was er hier an Autos macht und dass er Twingo bla und kaputt machen und hier komisches Tuning-Golf und irgendwelche McLaren, Ferrari und Co. Meckert er so ein bisschen drüber. Das ist natürlich seine Meinung. Ist auch völlig in Ordnung. Aber da ist ja das Einfachste nicht mehr gucken. Jetzt geht er wieder auf mich ein. Und mit deiner abgehobenen Art gerade spiegelst du ja genau das, was wir uns Autoverrückten so in den Dreck zieht. Hättest du Kohle und Lambo dann ratatatatat und so halb durch Berlin. Du bist es. Ne, danke. Damit ist alles gesagt. Und jetzt kommt der Punkt. Mir wird vorgeworfen, ich akzeptiere keine Meinung. Aber hier werde ich für meine Meinung verurteilt. Merkt ihr eigentlich, was hier gerade passiert? Die Meinung, das ist so eine Doppelmoralgeschichte oft bei den Leuten. Die Leute wollen ja immer nur das hören. Weißt du, gutes Beispiel ist, ich habe jemanden bei Instagram gehabt, der hat mir so zwei Jahre lang bei allen meinen Storys, wenn ich mich aufgeregt habe und alles drum und dran, so, ja, so meine Art, wie ich rumschreie, immer, ja geil, du bist es, du bist einer, der so sagt, was er denkt und so, die Leute sind gerade und super, wirklich, jeden Tag so. Und ich kann es euch auch mal zeigen. Dann habe ich irgendwann mal, was ich nicht mehr mache, so ein bisschen politisch geredet. Und politisch, weißt du ja selber, bin ich ein sehr schwerer Brocken. Ja. Und ich diskutiere politisch noch lieber als über Autos. Liegt aber auch daran, dass ich wirklich behaupte, ich kann da mit vielen Leuten diskutieren. Und ich habe dann halt in einer Story mal was gesagt, was nicht nach seiner Meinung war und er völlig zusammengebrochen ist, weil er dachte, ich bin halt so wie er. Der hat mir einen Text geschrieben, der dem ähnlich ist. Ich habe ihn enttäuscht und dass ich den anderen nachrede, dass ich keine eigene Meinung habe und bla bla bla. Das ist halt nämlich das Problem, dass die Leute denken, Meinung ist gut, solange sie so ist wie meine. Ja, das ist nur mal so als Denkanstoß. Und jetzt lese ich euch vor, was ich ihm geantwortet habe. Möchtet ihr das hören? Okay, selbstverständlich. Gar nicht. Er hat einfach gar nicht. Also, bitte denk mal selber nach, was für einen Quatsch du schreibst. Jedem seine Meinung, ganz klar. Aber dann auch begründen. Deine Argumente sind auch schwach. JP hatte den Aventador. Wann? Ich meine, das war eins seiner, wo ich mich erinnere, das ist schon lange her, wo er den Aventador hatte. Ja? Da gab es nur gar keine Dubai-Kanäle und sonst was alles. Ein GTR ist selbst heute für 85% seiner Zuschauer einfach nicht erreichbar, weil er gesagt hat, das sind Autos, die erreichbar sind. Es ist einfach so, GTR ist ein arschteures Auto, der Unterhalt, die Umbaukosten, Mann, scheiß auf Umbaukosten, Unterhalt. Für die Leute, die zugucken hier. Da steht der, ich schwöre, ich muss Bremsen kaufen, wisst ihr, was mit mir los ist, wenn ich nur an diesen Bestellknopf drücken muss? Ja? Genauso wie ein E30 mit M4-Technik, RWB-Porsche. Merkst du, so eine Autos hat er schon immer gemacht. Das ist einfach ungerecht zu sagen, ja? Der Orhan, siehst du, richtig geschrieben, nicht mehr kann, ja? Hat was behauptet, was er nicht mit Argumenten belegen konnte? Ich sag jetzt mal dazu, ich hätte es natürlich ruhiger sagen können, ich hätte nicht sagen können, Blödsinn, Bullshit und so, alles gut, das könnt ihr ankreiden. Das wäre dann aber nicht Adam. Genau. Als Antwort kommt, lass mir meine Meinung. Das ist meiner Meinung nach schwach. Und zum Thema Autos schlecht behandeln, was war denn mit dem VW Turan oder dem Multipler? Da finde ich den Tfingo tatsächlich hässlicher. Ich finde den Tfingo wirklich hässlicher als den Multipler. Ja, nur so nebenbei. Und ich hatte mal einen. Multipler oder Tfingo? Tfingo finde ich hässlicher. Mit Abstand. Echt? Du findest ein Tfingo? Absolut. Dieses Auto, alleine, weil es dafür diese Aufkleber gibt, wie diese Augenbrauen. Ich soll sagen, weil ich einen Augenbrauen rangemacht habe, top Auto. Also, beide Autos sind nicht hübsch, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher den Tfingo nehmen. Ich nicht. Ich hundertprozentig Multipler. Das ist ja praktisch. Aber weil er Platz hat vorne. Tatsächlich, ich habe letztens sogar einen Angebot gehabt und ich war kurz davor einen zu holen. Was denn? Lass mir meine Meinung. Ja, Bullshit. Also, ich lese weiter. Ich wollte meine Meinung nicht durchboxen. Ich habe nach Argumenten verlangen. Hitzig vielleicht, ja. Aber das kann er und kennt er. Ich danke dir aber wirklich für deine Meinung, auch wenn es vielleicht viele nicht denken. Gerade, weil ich oft drastische Worte und Vergleiche benutze, mag ich andere Denkansätze. Das ist wirklich die Tatsache. Oh, aber geil. Hast du gerade einen Orgasmus bekommen? Ja. Ich habe eine neue Uhr gekauft. Und wir haben einen Knopf gedrückt und Adam ist happy. Ja, ich habe den Zuschlag bekommen. Was ist denn für eine Uhr? Diese G-Shop, die du die ganze Zeit umgebracht musst? Wie so eine Casio. Kann ich das sagen oder werden die Leute dann auch auf einmal uns nicht mehr mögen, weil ich so eine teure Uhr geholt habe? Kannst du es dir leisten? Casio mit Benjamin. Kannst du es dir leisten? Naja, ich habe sie ja gekauft. Na dann gönn dir. Gönn dir am ihn. Ja. Ich gehe jetzt onnanieren. Was ist denn für eine Uhr? Casio, Benjamin Blümchenblatt. Audemar Piquet. Teurer Scheiß. Gleicher Mann. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung. Hörst du wenig Rapmusik? Da sagen die immer so. Ja, deswegen. Aber zur Beruhigung, bevor Leute abspringen, ich hole die und verkaufe die nur und damit finanziere ich dein nächstes Auto oder so. Die Bremsen. Dann muss er drei davon holen. Nee, doch. Könnte er hinhauen. Also so viel Gewinnspanne hast du bei den Linger nicht. Egal. Ich kenne nur Gucci, Gucci, Bratan, Gucci, Gucci. Ja, das ist AP, Rolex, Philipp Patek und sowas. So teure Scheißuhrungen. Ich habe eine Apple Watch, die ist schon zu teuer gefext. So, weiter geht's. Naja, Quatsch. Ich bin noch nie eine teure Uhr besessen. Naja, Quatsch ist deine Auffassung, die Community um ihn rum und die Reaktion darauf zeigt aber, dass irgendwas anders ist. Das kannst du auch mit deinen Argumentationen nicht aus der Welt schaffen. Ich schwöre, guck mal, das ist für mich ein Argument, das ist für mich eine gefestigte Meinung und das ist etwas, was ich zu 100% akzeptiere, toleriere und bin ich genau bei ihm. Warum hat er den Aventador denn verkauft? Er hat oft drüber gesprochen in den Videos. Guck dir das doch nochmal an. Und dann sagst du mir, dass es bei McLaren, Ferrari und Co anders ist. Der Turan war nie ein Projekt, sondern nur ein Firmenwagen mit einer gewissen Sonderbehandlung. Darf man Sonderbehandlung benutzen, das Wort? Warum nicht? Das ist schon ein bisschen verrufen. Ich merke, bin ich hier der Einzige, der in Geschichte aufgepasst hat? Schreib's in die Kommentare, dann lesen sich die Jungs es durch. Die Leute schreiben, dass du in die Geschichte nicht aufgepasst hast. Ja. Auch das mit dem Multipla habe ich nicht verstanden. Warum kauft man denn so ein Auto? Oder gehst du in den nächsten Elektro-Laden, um dir ein TV zu kaufen, um ihn nach drei Sängen aus dem Fenster zu schmeißen? Habe ich tatsächlich schon mal gemacht für ein Musikvideo drin. Ja, wenn die Leute dafür bezahlen, um sich das Video anzugucken, dann würde ich das dreimal am Tag machen. Ja, wenn es Content bringt. Im Endeffekt ist das halt alles Content. Das ist ja eine Maschine. Ich mal mit dir jetzt auch vor kurzem Multipla irgendwie gepimpt. Da bin ich raus. Ich bin mal mit dir. Das ist nett. Ich kenne ihn. Mit dem GTR trifft er jedoch mehr von seiner Community wie mit einem Lambo und Co. Okay, verstehe ich auch. Daher ist das ein Auto, was auf den Kanal muss. Okay. Der E30 mit M4-Technik ist ein Beispiel des Machbaren. Aber nicht so wie er. Ach, egal. Aber schön zu lesen, dass du mit Kritik auch vernünftig umgehst. Ey, ich schwöre es dir, Leute, wenn die Leute, die mich kennen, wissen, ich kann Kritik sehr, sehr, sehr gut abhaben. Außer Orkan hier. Alter, ich schwöre es dir, du hast irgendwo keimige Marienkäfer angesammelt. In dem Video kommt der Umgang unter euch extrem komisch rüber. Das ist auch eine Sache, die JP sehr schwer kann. Leute ausreden lassen. Ich merke gerade, dass... Ja. Vielleicht sollte Arna mal mit JP ein Podcast machen. Ich habe JP schon mal angeschrieben. Aber? Schon mehrmals. Also ich frage ja generell die Leute maximal dreimal an. Ist egal, ob es jetzt ein JP oder irgendein Hinteraufschrauber ist. Und bei uns waren wir im dritten Mal dann? Ja, also guck mal, am Ende, wir können ja mal nochmal so eine Fragerunde machen. Da sind noch zwei, drei Kommentare. Das Kommentar, was ich eigentlich vorlesen wollte, was auch wirklich richtig unhöflich war und sowas alles, den ich auch wirklich quer durchbeleidigt habe, das hat er gelöscht. Also sehe ich nicht mehr. Okay. Ja, also... Quer sind doch weniger negative Kommentare, also das Ding ist, das Ding ist vollkommen in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Ich finde es gut, wenn die Leute das kommentieren, weil A, dass es uns eventuell eine Richtung gibt, ob wir das, was wir machen, gut machen oder ob wir total auf dem Holzweg sind. Ob jetzt nun du dabei besser rauskommst, ich dabei besser rauskomme oder Philipp gar nicht dabei rauskommt. Das ist Banane. Ja. Ich bin einfach neutral in der Schweiz. Du bist heute sehr ruhig übrigens. Ja. Und was mir gerade einfällt ist, ja, Entschuldigung. Also, weil ich bin der Meinung, so ein Format, also ein Interviewformat, ein Diskussionsformat kann nur davon leben, indem eine Interaktion geschieht zwischen dem Protagonisten, wir und den Zuschauern, Zuhörern auf der anderen Seite. Wenn das nicht passieren würde, dann würde ich mir Gedanken machen. Wenn keiner schreibt, boah, das war gut, das war scheiße, der labert scheiße, der im grünen T-Shirt nervt, der Adam ist selbstverliebt, der Philipp hat einen neuen Bart oder sowas. Das sollte passieren. Und deswegen sage ich auch immer wieder, kommentiert das. Nicht nur, um den Algorithmus zu füttern, sondern damit wir auch wissen. Aber auch. Hauptsächlich. Man braucht ja auch Input, dass wir wissen, wo wir stehen. Genau, damit wir auch wissen, ob das, was wir machen, auch fruchtet. Es muss nicht immer eure Meinung sein. Nein, also pass auf, also ich bin komplett deiner Meinung, natürlich, in dem Fall. Und die Sache ist ja die, ich habe ja gesagt, ich möchte den Podcast, wenn dann nur machen, wenn wir diskutieren können. Wenn wir nur euch irgendwas erzählen, dann können wir auch ein Monologvideo machen, einmal im Monat. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe aber auch Bock, so wie wir damals den Yunus dabei hatten, auch gerne über das Sein von anderen auch Sachen zu erfahren. Deswegen sage ich, deswegen hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir auch mal Gäste da haben. oder ich bei jemandem bin oder du oder so, dass wir auch Gäste mal da haben und auch deren Meinung zu tun. Wer wäre dein Traumgast? Jeremy Clarkson. Boah, das wäre übertrieben. weißt du, was das Krasse eigentlich ist? Ohne Spaß jetzt, jetzt wo du sagst, ich schwöre so, ist es mir in den Kopf gekommen. Erzähl. Die Leute und auch du haben gesagt, ja, aber es ist meine Meinung, meine Meinung und blablabla. Ich schwöre, keiner hat Jeremy Clarkson verstanden. Habt ihr mal die alten Videos von denen angeguckt, wie er mit denen allen geredet hat? Ja. Und dafür liebe ich diesen Menschen. Er ist auch immer manchmal sehr abwertend gegenüber den anderen. Also ich habe jetzt bei YouTube einen Kanal gefunden, der so alte Specials hochlädt jetzt. Ziehe ich mir total gerne rein. Das ist, also im Autokosmos ist Jeremy Clarkson, Top Gear und Grand Tour später. Es ist einfach nicht nur die Nummer 1, es kommt danach ewig nichts. Es kommt wirklich nichts rein. Wirklich nichts rein. ich habe jetzt sogar angefangen, hier das mit seiner Farm da zu gucken. Das ist geil. Das ist super. Das ist richtig. Ey, das ist so tolle Unterhaltung. Das ist gut, oder? Das ist so herrlich. Ich habe auch noch ganz banal, ich habe auch ganz banal die zweite Staffel angemacht. Also die erste habe ich noch nicht mal gesehen, sondern direkt in die zweite. Du musst bei der ersten anfangen, das ist echt lustig. Ey, herrlich. Und ich freue mich auch schon auf die dritte. Kommt eine dritte, ja? Ja, ja, das kommt. Wie er mit diesem Hubschrauber abholt, wo er dann eben diese Blumen reingepflanzt hat und so ist alles super. Super. Also, ich finde wirklich die Farm, aber nee, ich habe keine Person, die mir jetzt spontan einfällt, wo ich sagen würde. Würdest du Jeremy Clarkson einen blasen? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Weiß ich nicht, das ist 2023. Nein. Okay. Ich wollte auch mal so eine Blasenfrage stellen. Du bist ja mitgekommen mit diesem Dank. Einmal, einmal. Hat keiner drauf gehalten. Das war auch sehr merkwürdig. Ja, das kam mir so aus dem Nichts. Ich habe, nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keinen, wo ich wirklich sagen würde, boah, den möchte ich mal gerne, ich glaube, mich einmal nur sagt, das wäre lustig. Glaube ich nicht. Ist das der, der, da waren mal so lustige Sprüche. Der, der, der Riesen, mit dem Riesen, Ami-Schrottplatz da. Also, den feiere ich tatsächlich sehr. Ich glaube, der ist nicht so der für den Podcast, sondern der wäre so zu besuchen und einfach richtig so. Das können wir mal machen, wir können den mal besuchen fahren. Der Bock auf uns halt? Klar, safe. Er hat übrigens damals unsere D-Mark-Sendung abgenommen. Ja. Also, weißt du, hast du jemanden, den du gerne mal hier als Podcast-Gast haben würdest? Also, jetzt, wo du sagst, alle, die mich kennen, wissen ja, Jeremy Clarkson ist für mich super. Ja, aber die Möglichkeit, dass wir Jeremy Clarkson hier ranbekommen, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering aktuell. Nein, schreibt ihn alle sofort, jetzt. Ja, also, du triggerst mich jetzt schon ganz schön, ja? Ja, immer, auf jeden, teilt. Ich würde den Podcast alleine mit ihm machen und ich würde ihn machen, den würde ich dann nennen, Jeremy Clarkson-Druck. So. Jeremy Clarkson. Und keiner würde wissen, ob ich ihn mal eingeblasen habe. Doch, die Kamera ist doch dran. Du würdest ihn wahrscheinlich richtig hart einlutschen. Nein, Mann, auf keinen Fall. Und danach schön einen Rim-Job geben. Piep. Ja, hättest du jetzt jemanden, den du wirklich gerne mal hier hättest? So als, wo du denkst, da kann man richtig gute Unterhaltung führen, so spontan, wenn dir jemand einfällt. Jetzt nimm mal von den ABC-Promi-Auto-Leuten welche. ABC-Auto-Promi-Leute? Mhm. Also, tatsächlich jetzt wirklich, ich glaube, einer, mit dem man am besten, mit am besten, wirklich über Sachen reden könnte, ist wirklich JP. Mhm. Sage ich ehrlich. Ähm, dann jetzt für mein persönliches Fable, äh, paar Jungs von den ganzen Rennfahrern, aber mit denen rede ich auch so oft. Ja. Äh, das wäre, glaube ich, interessant. Komm, da müssen wir ja wirklich langsam eine Piepshow machen mit den Rennfahrern. Ja, ja, gerade wir, wir haben ja auch eine Art an Humor und wie wir miteinander reden mit einigen von denen, das wäre, ähm. Nimmt die noch auf? Ich habe so ein bisschen Paranoia. Ja, ja, nimmt auf, alles gut. Und bei dir? Ja. Fällt gerade tatsächlich spontan keiner ein, wo ich sage, okay, mit dir will ich unbedingt. Also, ich glaube, er, mich würde mehr zecken, so Leute aus der Nicht-Auto-Szene zum Thema Auto und Tuning vor allem und wie nehmt ihr das wahr, so zu machen. Wer ist denn aktuell Verkehrsminister? Ich würde zum Beispiel sehr gerne mit Serdar Sumuncu, äh, über Thema Auto und so reden. Kennt ihr? Weil ihr wisst, ihr wie ich es? Was? Du weißt nicht, wer ist Serdar Sumuncu? Ich schwöre dir, mit was schmeiße ich ihn an? Vielleicht weiß ich es, aber ich weiß den Namen jetzt nicht. Also guck mal, er hat damals so Videos gemacht, kennst du dieses Video mit Opel Astra? Wurde den Opel so bestimmt. Ach, okay, okay, ich weiß, ich wusste nicht mehr. Aber ich glaube, das wäre gut. Serdar Sumuncu ist ganz schön systemkritisch, was auch sehr interessant ist, wie er das alles so bringt. Supermensch, Supermensch, hat eine sehr direkte Art, er ist einfach auf Tour gegangen und aus Deutsch und hat meinen Kampf vorgelesen. Ja, als Türke. Das ist, und der ist darauf, das gibt es auch als Hörbuch, das Ding. Ja. Und das Ding ist wirklich sehr, also es ist teilweise auch lustig, wie er das vertriegt, und vor allem, weil er auf die einzelnen Absätze angesagt hat, was hat er da für eine Scheiße geschrieben? Er ist sehr redegewandt, er ist sehr gebildet, also wirklich stark. Also ihn würde ich gerne in einem Podcast holen. Tatsächlich würde ich diesen, mein Lieblings Hassmoderator, mittlerweile ist es der von diesem Eurotuner Magazin, dieser, den würde ich gerne hier haben, aber nur, um ihn die ganze Zeit irgendwie anzuschreien. Ja, so würdest du ihn aber nicht rankriegen. Doch. Es ist eine Motorshow, ist er fällig. Ich habe eine Liste diesmal, es ist eine Motorshow, da werden die eine oder andere lyrische Schelle fallen. Lyrische Schelle. Ja, also, mir fällt echt spontan kein, ja, JP wäre natürlich interessant, aber gibt es so viel Neues? Cello würde ich gerne reinholen. Von Abdu und Cello? Ja, der hat nämlich richtig Ahnung von Autos. Hat er wirklich, ne? Ja. Ja, das wäre immer interessant. Kul Savas. Kul Savas, habe ich geguckt. Der ist super. Also, war mir vorher schon bewusst, aber fand ich super. Ist du Vegetarier? Ja, ich weiß, seit 30 Jahren, bevor es hin war. Ja. Sind ich sogar wie Kanäle? Weißt du, wer mal auf seinen Grill ein Stück Fleisch drauf geworfen hat? Das ist die Check. Ja? War er happy? Richtig toll? Mit Absicht? Ja, war alles gut. Ne, er wusste das nicht. Okay. Er ist eingekommen zum Grillen und hat einfach ein Fleischstück drauf geworfen. Also, vielleicht habt ihr ja Vorschläge, ähm, wen man mal einladen könnte. Markiert ihn, schickt ihm das, er soll gerne mal darauf antworten. Ladet euch selber ein. Ladet euch selber ein. Wenn du wirklich jemand bist, der wirklich was zu erzählen hat und nicht nur über sein Auto und was er für Felgen gerade draufgeschraubt hat, vielleicht bist du irgendwann mal hier Gast. Wie würde denn, ähm, Nisar und Shayan sagen, der unnötigste Gast? Ich habe die echt schon lange nicht mehr gehört, ne? Muss ich echt zugeben. Ja. Also irgendwie zur Zeit ist so die Luft bei den Deutschen raus. Aber es ist immer noch einer der besten Podcasts. Ich ziehe die immer noch, das hatte ich gerne rein. Die hatten mal, die hatten mal so ein, so ein Vorhaben gehabt. Stell dir mal vor, was bei denen für Kommentare kommen würden, wie die sich manchmal nicht ausreden lassen, anmeckern und sowas alles. Ja. Die hatten mal ganz am Anfang mal so dieses Vorhaben gehabt, den unnötigsten Gast einzuladen. Ja. Du hast es gut. Aber es kam irgendwie einfach nie ein unnötiger Gast. Wie dem auch sei, ja. Nochmal zur Erinnerung. Abonnieren. Race City. Spotify. Laberdruck. Hören wir jetzt auf für heute. Wir hören jetzt auf. Wir haben 50 Minuten. Weißt du was? Eigentlich wollten wir ein anderes Thema machen, aber das Teasern war jetzt für die nächste Woche an, dass die Leute wissen, das nehmen wir jetzt gleich auf. Nächste Woche reden wir über ein Thema, was mich sehr befasst. Bikini-Figur 2024. Habe ich doch schon. Okay. Und, ähm ... Dann Teaser mal. Ja. Das war's mit dem Land. Das war's mit dem Land. Ach so, die Geschichte, ja. Das war's mit dem Land. Deutschland schafft sich ab. Mit dem Land. Vorbei mit Deutschland. Dieses Land ist verloren. Das ist das Thema. Nächste Woche. Okay, ich bin gespannt, was du dazu erzählen hast. Also. Zu Gast Alice Weidel. Hast du die Jugendfotos von ihr gesehen? Nee, will ich auch gar nicht sehen. Warum nicht? Weil mich das nicht interessiert, wie die vorher aussah. Hast du das gesehen, Philipp? Habt ihr die nicht gesehen? Nein. Guckt mal, jetzt Live-Reaction. Tut mir leid, Leute, auf Spotify. Ich werde dann sein Gesicht beschreiben. Guck mal, wie er gleich gucken wird. Gierig. Als Schwarzkopf. Das sah die geil aus, oder was? Warte. Guck, siehst du. Top-Suchanfrage. Alice Weidel früher? Nein, nein, da gibt's einen. So eine Holiday Home? Warte. Holiday Home. Kennst du dich von Kustawasch? Holiday Home? Das Lied? Weißt du, seit wann Kustawasch Musik macht? Schon sehr lange. Seit 89. Ich bin 95 geboren. Ja und? Ich kann die alten Texte nicht können. Ich konnte selber nicht mehr sprechen, als der Top-Dinger rausgehauen hat. Komm, jetzt zeig doch mal. Mann, nein, die von jetzt sind schrecklich. Keiner will das angucken, aber wo die Jungfotos war. Wie die Maustelle. Also. Hier. Die hat sich freuen, der Himmel. Also, aber es ist unscharf. Aber war richtig. Das ist ein wertiger Typ, Alter. Mann, er hat doch, es gibt doch auf TikTok. Also, abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Podcast, Amazon Music. Bei der nächsten Parlamentswahl. Ach, in der nächsten Folge erzähle ich, wie es mit meiner Partei eigentlich weitergeht. Hast du Wissen bekommen? Ja, natürlich. Kommentiert, sachlich, gerne Kritik, aber sachlich. Wir lieben euch alle. Haut da rein. Tschüss. Ciao. Das war nett mit euch. Lächel mal. Ich gehe duschen. Ich komme mit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020